Es wird noch nicht mal mehr angeteasert, dass jetzt die Hüllen fallen gelassen werden. Das passiert einfach so nebenbei. Und damit herzlich willkommen zu Trash-Kurs mit Tessa und Lena. Wir nehmen hier mittlerweile sämtliche Trash-Formate durch. Also wirklich alle, die ihr euch vorstellen könnt. Mit den dazugehörigen Trash-Promis. Und wir liefern einfach ab. Das ist so. Und diese Folge nehmen wir Temptation Island VIP-Folge 3 durch. Und ich sage so, ich möchte mit Schlamm schmeißen. Können wir mal als erstes darüber reden, wie sich Angie Fingererben oder wie sie heißt, benimmt. Also natürlich muss ich für die Show da ein bisschen spitzes Zünglein haben. Aber ich finde es in einer Tour provokant, frech und überheblich. Also sie spricht ja mit allen dort, als wäre sie die Mutter. Wirklich? Ich finde es richtig schlimm. Ich fühle mich selber angegriffen. Was soll das? Also auf eine richtig lächerliche Art macht sie das. Wir starten mit der Folge. Es geht weiter. Die Männer haben sich angeguckt, was in der Mädelsvilla abgeht. Und jetzt gucken sich die Frauen an, was in der Männervilla abgeht. Und dann sagt sie die ganze Zeit, also an deiner Stelle, gleich vorsichtig. Denkst du, Ludwig hat seine Finger bei sich? Roxy, ich sage dir, deine Bedenken sind begründet. Oh, dramatisch, dramatisch. Die Bilder an sich reichen ja eigentlich schon. Und Roxy, man hat ihr richtig angesehen, dass sie Angst jetzt hat vor den Bildern. Und da haben wir ja selber Bilder gesehen, die in der Folge vorher gar nicht gezeigt wurden. Und da hat die eine, hat den ja geritten und er hat bei der anderen an den Bubz rumgeleckt. Was? Also, tschüss. Mir fehlen sie komplett die Worte. Und sie tat mir wirklich richtig leid, weil man gesehen hat, dass sie so krass verletzt, weil sie auch meinte, wir hatten halt eine Abmachung und ich habe es ihnen geglaubt. Und am ersten Tag, am ersten Abend gleich so durchzuziehen, noch schlimmer als letztes Mal Temptation Island, das ist schon eine harte Nummer. Wir können auch sagen, wir hatten einen kleinen Austausch mit Roxy unter unserem letzten Video, wo sie auch nochmal gesagt hat, Leute, ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Es war nichts abgemacht, nur für die Show oder irgendwas. Und ich finde, anhand der Reaktion jetzt in der dritten Folge, kauft man ihr auch ab, dass sie wahrscheinlich, sorry dafür, ein bisschen zu naiv an die ganze Kevin-Kevin-Sache rangegangen ist und sich da, glaube ich, ganz schön verarschen lassen hat. Ja, Jasmin hat es auf den Punkt getroffen mit so, wie hättest du die kleine Mutti nebenan, die so einen Spruch bringt, naja, du, aber ein Mann, der eine zweite Chance kriegt und sich nicht verbessert, das ist ein Lappen. Danke, Jasmin. Das hilft mir jetzt gerade sehr. Julia auch richtig lieb sagt, also ich bin ja so stolz auf meinen Ludwig, er hat ja nichts gemacht, man hat ja die ganze Zeit gesehen, die Hände sind hier oder unter dem Oberschenkel und der Rest ist völlig in Ordnung. Da wäre ich ja enttäuscht gewesen, wenn er nichts gemacht hätte. Hä? Ich gönne es ihm. Ich gönne es ihm. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da besonders cool und lässig rüberkommen möchte oder ob sie selber weiß, dass sie noch richtig ausrasten wird, also mit einem Boy und dann schon ein bisschen vorarbeiten will. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden die nächsten Bilder nicht ganz so rosig sein für Julia, denn zurück in die Villa und in Ludwigs Bett regeln sich sechs Frauen oben ohne. Und er sagt, 26.000 Frauen da im Bett. Und er kommt rein und legt sich dazu oben ohne. Und wenn selbst Calvin sagt, also sorry, das finde ich super cringe, dann verstehst du ja die Welt nicht mehr. Nee. Er sagt, ach naja gut, ja ist jetzt ein bisschen witzig, ist auch alles, du locker gesehen. Julia sieht das locker, ist doch nur Spaß. Alle singen noch. Und ich denke mir, hier, zip. Ich hoffe, diese Show hat nur sieben Folgen oder so. Auf keinen Fall mehr, weil ich kann jetzt schon nicht mehr. Dann gab es Temptation. Große Dates. Ludwig und Lina, von diesem Date hat man übrigens gar nichts gesehen. An dieser Stelle meine Frage, wieso? War das... Hat man? Die waren doch Quadfahren. Ach so. Dann fand ich das einfach nur so irrelevant. Stimmt, deshalb habe ich hier keine Notizen. Sorry. Aber das kannst du auch wirklich rauslassen. Also genau, Ludwig und Lina hatten ein Date, wo selbst dann Julian gesagt hat, oh, das passt richtig gut. Auch vom Niveau her passt das richtig gut. Und ich denke so, Julian, no, no, ganz falsch. Welches Niveau? Ich kann ihn ja nicht anfeuern, wer jetzt hier gut zusammenpasst. Er soll ja nichts machen. Aber Lina legt es auch komplett drauf an mit den Blicken. Und dann sagt er, ach ja, die Sommersprossen. Gut, aber ansonsten ein sinnloses Date. Dann haben wir noch... Ich mache noch schnell die anderen. Bei den Frauen sind es Roxy und Shay, wie sie so schön sagt. Die sagt ja nicht Shay, sondern Shay. Ist dir mal aufgefallen, dass er seinen eigenen Namen auf dem linken Handgelenk tätowiert hat? So, wie jetzt, ob ich es mal vergisst. Hi, ich bin Jay. Mit links dann, hallo? Was ist das denn für eine Scheiße? Dumm. Die haben das gleiche Sportdate, welches Roxy mit Calvin in der diesjährigen Normal-Staffel hatte. Also RTL wirklich... Nee. Julia sollte ein Date mit Benjamin Benjamin haben. Und sagt aber auch, ich möchte an dieser Stelle das Date mit Benjamin Benjamin nicht wahrnehmen. Sondern ich nehme lieber Mario. Mario wird cool und ein bisschen interessanter auf mich. Gut. Da hast du keinen guten Fang gemacht. Wie kann man denn so selbst von sich überzeugt sein? Nein. Wie dieser Typ haben da Yoga-Übungen gemacht. Tessa, ich habe es so gemacht. Julias Po, alle Öffnungen waren ja in seinem Gesicht, während die Beine über die Ohren gingen. Ich dachte so, okay, wow. Also wir müssen ihm noch ein bisschen Zeit geben und dann knackt er sie auch noch. Der Mario, toller Typ einfach. Wow. Und dann das Date überhaupt, wofür ich keine Worte finde. Das überlasse ich dir. Calvin kriegt natürlich wieder gleich zwei Frauen, Finja und Nadine. Sie kommen an so einem Kinderpool, der so bei Aldi oder Lidl oder Edeka 10 Euro kostet, wo sie alle drei nur stehend Platz finden und da ist Schlamm drin. Calvin, geil, Schlammdate, geil, boah, wuhu. Also entschuldige mal bitte, wie viel Geld bekommt, wenn ihr deine Teilnehmerin seid, könnt ihr uns mal die Information zu stecken, wie viel Geld es gibt, wenn ihr es schafft. Weil was macht ihr dort? Dann ziehen die sich, wenn auch wieder die Bubis ausgepackt, sich gegenseitig beschmiert. Wir sind in der dritten Folge und es wird noch nicht mal mehr angeteasert, dass jetzt die Hüllen fallen gelassen werden. Das passiert einfach so nebenbei. Ja, nicht, dass er dreckig wird. Ab. Die andere auch. Ab. Und dann ist es ja wie in einem wirklich schlechten Amateurporno, wird sich der Arsch mit Schlamm eingerieben, die beiden knutschen sich. Wir sind in der dritten Folge. Wo sollen denn die Dates für Kevin noch enden? Und da ist nicht mal Alkohol geflossen. Nee. Oh. Nee. Richtig schlimm. Boah, okay. Weiter geht's, oder? Weiter geht's. Dann, ja, es kommt schon wieder abends, wieder Temptation. Und es heißt, Julia und Julian haben ein Date. Wir erinnern uns, Julia, die in der letzten Folge heartbroken auf dem Sofa saß und gesagt hat, ich habe mich schockverliebt in Julian. Worüber Steffi übrigens nur lachen konnte, hat ja null Ernst genommen. Das passiert immer beim Julia, dass die Leute sich schockverlieben. Und Willi und Annabelle ebenfalls ein Date. Das kommt aber alles erst nächste Folge. Auch Jasmin soll auf ein Date gehen und wieder mit Benjamin und sagt, nee, also ich möchte das Date mit Benjamin nicht machen. Der Arme. Ich habe es so verarscht vorkommen. Grund ist folgender. Sie möchte Willi ja nicht verletzen, denn er hat ja schon gesagt, als sie reinkam zur Vorstellungsrunde, der Benjamin, du, der sieht gut aus. Und hatte ihr sogar angedichtet, dass sie ihn auch gut findet, glaube ich. Und deshalb hat sie gesagt, ich möchte nichts machen, was meinen Mann verletzt. Benjamin, es tut mir leid. Er so, ja, ich nehme das ja auch als Kompliment. Glaube ich nicht. Benjamin, denkst du, ich muss die ganze Zeit hier abhängen, keine will, ein Date mit mir. Danke dafür. Richtig gut. Dann folgte abends in dem einen Haus eine 20er-Jahre-Party. Ja, gut, schön. Julia sagt, ich wurde ja für Motto-Partys erfunden. Ja, freu dich. Applaus. Dann gab es noch einen kleinen Strip von Che für Roxy. Warum muss das immer sein? Warum muss immer ein? Und immer zu dieser dummen Pony-Mucke geht mir ja richtig auf den Sack. Und in der Männervilla ist ein kleiner Spieleabend. Das allseits bekannte Spiel Karten über den Mund weitergeben mit Ansaugen und Wegpusten, bla bla. Darauf haben Willi und Julian gar keine Lust. Die sagen, wir setzen uns nebeneinander, aber ich muss hier nie irgendwie ein Spiel spielen, wo es klar ist, dass dann irgendwann die Karte fallen gelassen wird und man sich dann küsst. Nicht mit uns. Sagt Ludwig, du hast kein Problem. Ich springe hier immer ein bisschen rum. Ich bin euer Ballholer sozusagen. Ich fülle die Lücke. Nachdem er ja erst gesagt hat, er findet das total albert und so. Aber nee, Willi ist der Einzige, der dort schlau ist, weil Julian würde es einfach nur gemacht haben, weil er nicht hier die Lippen von irgendjemandem berühren möchte. Aber Willi weiß safe, ganz genau, dass Temptation Island, das dann nämlich so schneidet beim Lagerfeuer, dass man nur kurz sieht und dann ist natürlich Stress. Nämlich genau so, wie man es dann bei Ludwig und Lina gesehen hat. Wenn man nicht wusste, dass da eine Karte gerade dazwischen steckt, denkt man ja einfach die Knutschen rum. Ja, und so wird es dann nämlich gezeigt und das, also ich weiß nicht, ob ich das noch mit mir vereinbaren kann, das zu gucken, weil das ist ja wirklich, da wird ja aus nicht doll, ich meine, das ist, genau, und dass viele Leute sich da auch über der Norm benehmen, siehe Calvin, ist natürlich auch klar, aber da werden einfach Streits vorprogrammiert, die nicht sein müssten. Ich meine, die Paare wissen, worauf sie sich einlassen, so, ja, kann man so auch sehen, aber sind es ganz, ganz grenzwertig mittlerweile. Ganz grenzwertig und ich hätte auch nicht gedacht, dass sie das so abziehen bei der VIP-Staffel. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Und letzte Frage. Warte, dann war noch mal, war noch eine Person in der Männervilla, die sich dachte, ich bin hier sauer, einfach sauer, denn Calvin hat mit Annabelle angebändelt, ihr ganz schreckliches Lied wurde abgespielt, habe ich ja nicht. Und das ist meine Frage. Ach so. Warum müssen alle Schlagerfrauen im Trash-TV denken, dass sie ihre Gesangskünste präsentieren müssen? Danach hat niemand gefragt und niemand findet das geil und sie sind schon alle da. Ich bin da sehr gesehen. Der Song ist scheiße, Mann. Maria auch. Ne, kann ich jetzt hier gar nicht gebrauchen. Annabelle hat den Arsch an Kelvins Schritt gerieben. Hey, das ist meiner. Nein, bin ich sauer, gehe ich rein. Wie das dann eskaliert, sehen wir als nächste Folge. Ich will es eigentlich echt nicht sehen. Es ist krass, Leute. Also da ist mein Tipp an euch, es nicht zu gucken, natürlich unser Video zu schauen, dann seid ihr informiert, wie bei allen anderen Shows auch. Aber das mit eigenen Augen sehen, nein. Frage an euch. Ich meine, dass wir mittlerweile wissen, dass Kevin, Kelvin auf jeden Fall dort noch richtig ausatmen wird, ist ein Fakt. Ludwig auch ist ein Fakt. Aber denkt ihr, dass Willi und Julian die ganze Zeit so standhaft bleiben können? Oh, das würde mich auch interessieren. Schreibt es in die Kommentare rein. Denn gestern kam unsere wöchentliche Breaking-Trash-Folge, die war wieder vollgepackt bis oben hin. Jetzt würden wir euch erst mal ins Wochenende verabschieden. Denkt dran, welche Hausaufgaben ihr zu tun habt. Bleibt weiter an Ex on the Beach dran. Prince Charming wird nächste Woche auch wieder besprochen. Verfolgt mal ein bisschen das Geschehen mit Georgina und Kubi. Bleibt einfach bei allem dran. Teilt, liked und kommentiert und folgt natürlich. Folgt uns natürlich. Wir haben übrigens auch für alle, die es jetzt vielleicht noch nicht wissen, wir haben übrigens auch einen YouTube-Account, also einen Kanal. Da kann man uns natürlich auch folgen und alle Videos schon ein bisschen vorher vielleicht sogar manchmal auf YouTube sehen. Und damit wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt sauber. Happy Weekend, ihr Süßen. Und wir müssen euch wieder dran erinnern, Leute. Es ist Corona. Tragt die Masken, wascht euch die Hände und bleibt, wenn es geht, sonst auch einfach zu Hause. Man kann auch echt zu Hause einen guten Wein schlürfen und unsere Folgen angucken. So ist es. Tschüss. Tschüss. Stimme so weg. Tschüss. 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 Tschüss.